Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Uehlein vom Hermann Studium Nasum in Erlenbach am Main. Wie viele andere Schulen arbeiten wir schon seit geraumer Zeit an Konzepten, um unsere Schule digital und nachhaltig zu gestalten. Einige dieser Konzepte sind bei uns schon seit etlichen Jahren im Einsatz und haben sich im Alltag besonders bewährt. Dazu gehören Bausteine wie das Tutoren-System und unsere digitale Schülerzeitung, die BAP und der Medienführerschein. Diese Konzepte möchte ich Ihnen heute vorstellen. Unser Ziel ist es nicht allein Wissen zu vermitteln, sondern die Schüler fit für die analoge und digitale Welt zu machen. Wir sehen uns.